Hallo Jena! Nach drei Wochen Urlaub gut erholt zurück kann ich Sie wieder herzlich willkommen heißen zur Freitagsbotschaft. Ich hoffe, diejenigen von Ihnen, die auch schon im Urlaub waren, sind genauso gut erholt und die, die es noch vor sich haben, freuen sich darauf. Allen miteinander wünsche ich uns einen guten Sommer! Ich habe eine Reihe von Themen wieder für Sie dabei – nach dieser für mich – ersten Woche nach dem Urlaub. Das eine haben Sie schon auf verschiedenen Kanälen mitbekommen. Ich möchte es auch auf diesem Kanal noch Ihnen mitteilen. Die gute Nachricht ist, dass in Verbindung mit dem Deutschland-Ticket der Deutschen Bahn der Jena-Nahverkehr und die Stadt Jena zusammen jetzt dafür gesorgt haben, dass dieses Deutschland-Ticket auch zu besonderen Konditionen von Menschen genutzt werden kann, die Jena bonusberechtigt sind. Also Menschen und Familien mit geringerem Einkommen. Das gilt ab September und läuft so, dass das als ein Abo ausgestaltet werden kann. Wichtig war uns im Hintergrund als Überlegung, das so zu machen, dass Mobilität eine der ganz elementaren Grundbedürfnisse von Menschen ist. Wenn man nicht mobil ist, sich nicht innerhalb der Stadt bewegen kann oder eben auch in andere Städte bewegen kann, dann kann man am gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben. Und insbesondere für diejenigen Menschen und Familien mit geringem Einkommen ist das wirklich eine erhebliche Schwelle. Wenn man darüber nachdenken muss, wie viel ein Nahverkehrsticket kostet und ob man sich das leisten kann und dann im Zweifel davon Abstand nimmt, ist das nicht gut. Wir wollen ja, dass alle am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Deswegen diese Initiative. Und ich will Ihnen kurz erklären, wie das funktioniert. Das geht zurück auf einen Beschluss des Stadtrates, der Ende Juni, also kurz vor der Sommerpause, noch getroffen war. Es ist dem Stadtrat ein wichtiges Thema für Mobilität, auch für Menschen mit geringerem Einkommen zu sorgen. Und der hat beschlossen, dass die Bezuschussung, die wir für Jena bonusberechtigte, für die Monatskarten des Nahverkehrs vornehmen, von 15 Euro im Monat, also dass das Ticket, das Monatsticket dann nicht 55,10 Euro, sondern nur noch 40,10 Euro kostet, dass genau diese Bezuschussung auch für das Deutschlandticket möglich sein soll. Und das führt dann dazu, dass das normalerweise 49 Euro kostende Ticket pro Monat dann nur noch 34 Euro kostet. Und das ist schon eine erhebliche Absenkung und macht es wahrscheinlich vielen Menschen erheblich einfacher, den Nahverkehr dann auch zu nutzen. Mit dem Vorteil, dass das Deutschlandticket eben dann nicht nur auf Jena beschränkt bleibt. Klar, in Jena und auch in der Region fährt der Jenaer Nahverkehr die Angebote, aber man kann damit eben sich auch bundesweit bewegen in den Nahverkehrsangeboten der Deutschen Bahn. So, nun ist es vom Bundesgesetzgeber zwingend vorgeschrieben, dass das als ein Abonnement ausgestaltet sein soll. Sie wissen ja, die Monatskarten, die kann man sich monatlich kaufen und bezahlt sie mit Karte oder Bar. Das geht so nicht. Im Moment des Bezahlens ist es dann immer so gewesen, dass im Kundencenter die Berechtigung für den Jena-Bonus vorgezeigt werden musste. Darf man denn diesen Zuschuss in Anspruch nehmen? Und das wird natürlich dann auch jedes Mal geprüft und das ist auch beim Abo so. Es können sich ja die Umstände ändern und insofern muss jeden Monat dann auch geschaut werden, ob die Berechtigung noch besteht. Das heißt, diejenigen, die das nutzen wollen, bringen bitte, kommen einmal im Monat, auch wenn das Abo natürlich automatisch läuft, kommen trotzdem einmal im Monat im Kundencenter vorbei und zeigen die Berechtigung vor, dass man nach wie vor diesen Anspruch hat. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen umständlich an, weil man ja ein Abo hat, ist aber im Prinzip gar keine Veränderungen zum Zustand bis jetzt, weil man ja sowieso jeden Monat hin musste. Das Ganze läuft ab September. Auch wichtig zu wissen, der Stichtag für den Folgemonat ist immer der zehnte des laufenden Monats. Das heißt, für September geht es nur bis heute. Jetzt ist mir klar, dass viele die Freitagsbotschaft wahrscheinlich erst abends sehen werden, wenn das Kundencenter nicht mehr geöffnet hat. Aber wie gesagt, es ist in den letzten Tagen ja auf allen Kanälen auch schon kommuniziert gewesen, dass heute am 10. für Beginn zum 1. September der Stichtag ist. Ab nächste Woche, wenn man dann im Kundencenter vorbeischaut, kann man es halt für Oktober abschließen. Und man kann den Bonus aber auch rückwirkend noch geltend machen später. Ja, also nutzen Sie dieses Angebot sehr gern. Herzlichen Dank an den Nahverkehr, der auch diesbezüglich das Deutschland-Ticket mit abwickelt. Ja, und ich hoffe, dass das zu einer stabilen Nutzung des jener Nahverkehrs führt. Auch durch die Menschen und durch die Familien, die eher geringes Einkommen haben. Zweites Thema. Wir haben Anfang der Woche eine Delegation, eine größere Gruppe von Schülern zu Gast bekommen hier in Jena aus unserer Partnerstadt Lugres in Rumänien. Das sind 36 Kinder und Jugendliche zusammen mit einigen Lehrern und Betreuern, die für etwa zwei Wochen hier in der Stadt sein werden. Quasi wie wir das von früher kennen als eine Ferienfreizeit in Ferienlager und hier zwei Wochen in der Stadt Jena und in der Region verbringen. Das ist gerade im 40. Jahr unserer Städtepartnerschaft mit Lugres wiederum ein ganz zentraler, eigentlich der Kernbestandteil dieser Städtepartnerschaft. Sie wissen ja, dass es mir besonders wichtig ist, dass diese Partnerschaft nicht nur auf der offiziellen Schiene intensiv gelebt wird, also zwischen den beiden Rathäusern, sondern dass es fast noch wichtiger ist, dass sich auch Menschen begegnen gegenseitig, Vereine sich treffen, man sich wechselseitig besucht, Freundschaften gepflegt werden und genau das passiert natürlich, wenn Kinder und Jugendliche hier zu Besuch kommen, Gefallen an der Stadt Jena finden, Interesse geweckt wird und dann entsteht vielleicht eine Beziehung jedes und jeder Einzelnen von diesen Kindern und Jugendlichen, die sich dann in zehn, 15 Jahren darin auszahlt, dass man in Kontakt bleibt, dass man Jena häufiger besucht, dass man hier Freunde findet und die Partnerschaft zwischen den beiden Städten individuell lebt. Das ist ganz entscheidend. Es ist organisiert worden dieser Austausch städtischerseits vor allem von Frau Tabone, der ich hier herzlich danken möchte dafür, vor allem aber von den beiden Partnerschaftsvereinen, die es sowohl in Jena gibt, als auch in Lugosch. Da mein herzlicher Dank hier in Jena an Herrn Rauschelbach und seine Mannschaft aus dem Partnerschaftsverein hier in Jena. Und ebenso herzlich mein Dank an Roxana Murariu, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Lugosch, eine Lehrerin der Schule, von der die Schüler sind, die hier uns besuchen kommen und sehr, sehr aktiv auch in der Pflege der Beziehungen zwischen unseren beiden Städten. Ganz, ganz herzlichen Dank! Eine kleine, aber feine, schöne Tradition dabei ist und das ist am Montag wieder der Fall gewesen, dass ich als OB in der Rolle im Amt die Kinder auf ein Eis einlade. Das war eine schöne große Runde im Milchmix. Leider ein bisschen überschattet vom Wetter, aber trotzdem sehr, sehr schön und herzlich. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Die Kinder und Jugendlichen haben hier ein sehr, sehr breit aufgestelltes Programm in den 14 Tagen. Da ist Spiel und Spaß dabei natürlich. Die werden ins Galaxy gehen, die sind Schlauchboot gefahren, die gehen ins Jugendzentrum Westside, sie gehen bowlen. Also ganz, ganz breit an dieser Stelle. Es ist einiges in Bezug auf Lernen dabei. Also die Imaginata wird besucht, Besuch beim Thüringer Landtag ist dabei, die Gedenkstätte Buchenwald wird besucht, also auch sehr ernste Themen werden nicht ausgespart. Beim Stadtforst geht es um Umweltbildung, also auch auf dieser Schiene sehr, sehr viel. Und touristisch ist auch das ein oder andere dabei, auch mit Blick in die Region. Besuch auf der Leuchtenburg, Besuch auf der Heideggsburg. Sie sehen also, das ist wirklich gelebte Partnerschaft und ein sehr, sehr intensives Kennenlernen unserer Stadt und unserer Region. Und wenn das mit Jugendlichen passiert, wird der Grundschein für späteres gelegt. Das freut mich sehr. Herzlichen Dank an alle Beteiligten! Die nächsten beiden Themen drehen sich um den Sport und zwar um den Sport Nummer eins, den Volks- und Breitensport in Deutschland, um den Fußball. Zunächst die Damen – Ladies first! Am Mittwoch hat Jena Wohnen, die im vergangenen Jahr als Hauptsponsor bei den Fußball-Damen eingestiegen waren, dieses Engagement fortgesetzt und verlängert um ein weiteres Jahr. Sind wieder Trikotsponsor und dazu gab es eine kleine Pressekonferenz, auf der das bekannt gegeben wurde, gemeinsam mit den Fußball-Damen. Und ich freue mich sehr, dass Jena Wohnen diesen Schritt, diese Verlängerung gegangen ist. Denn gemeinsam mit Jena Wohnen, die ja auch deswegen ein Interesse daran haben, freue ich mich sehr, dass man beobachten kann, wie die Aufmerksamkeit, die Begeisterung für den Frauenfußball in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Wir sehen das zum einen daran, dass die Fußball-WM der Damen eine ganz andere Wahrnehmung hat in diesem Jahr, als das in der Vergangenheit der Fall war. Leider sind wir da nicht mehr dabei, aber trotzdem ist die Aufmerksamkeit für die WM da. Und wir sehen es aber auch lokal und regional, dass die Bundesligistinnen, die wir ja hier haben, in Jena eine immer weiter wachsende Wahrnehmung bekommen. Also die Zuschauerzahlen steigen und die Fußball-Damen sind natürlich ganz krasse Sympathieträger, die auch den Fußball-Sport in Bereiche tragen, die sich vielleicht vorher dafür nicht interessiert haben. Und insofern kann ich glaube ich gemeinsam mit Jena Wohnen sagen, dass man hier im Sinne eines Sponsorings, also die Fußball-Damen auch finanziell zu unterstützen, aufs richtige Pferd setzt, wenn mir dieses Bild erlaubt ist. Denn hier kann Jena Wohnen einmal mehr zeigen, dass sie als Unternehmen nicht nur dafür stehen, günstigen Wohnraum in Größenordnungen in der Stadt anzubieten, sondern dass sie eben auch gesellschaftlich sehr stark engagiert sind und hier den Fußball-Damen mit der finanziellen Unterstützung natürlich noch einen sehr, sehr guten Rahmen auch für die kommende Saison bieten. Und umgekehrt ist es natürlich für die FCC-Damen sehr, sehr gut und wichtig zu wissen, dass sie hier einen sehr verlässlichen Partner an der Seite haben. Jena Wohnen ist ja auch im Sponsoring nicht sprunghaft, sondern das ist auf Dauer angelegt und das ist mit der Planbarkeit, die man so erhält, natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Die Fußball-Damen sind Teil der FCC-Familie schon seit einiger Zeit und ich glaube, das ist hier ein sehr, sehr gutes Miteinander. Es war ein sehr, sehr angenehmer Termin auch. Im wunderbaren Stadion haben wir das gemacht und insofern wünsche ich den Fußball-Damen eine erfolgreiche Saison. Und mit dem Thema neues und wunderbares Stadion kommen wir vielleicht rüber zum nächsten Thema, zu den Herren im Fußball. Und da steht ja morgen am Samstag ein großer Ereignis ins Haus. Sie wissen es, die erste Runde im DFB-Pokal, wo die Jungs vom FCC die Hertha empfangen. Also eben als einen Traditionsverein, einen, ich glaube, idealen Gegner für die erste Runde. Es ist natürlich sportlich ein Brett gegen die Hertha zu gewinnen, aber natürlich wollen wir gewinnen. Wir wollen in die nächste Runde und das ist durchaus mit Chancen verbunden, dass wir das auch schaffen können. Und dann sind wir mal gespannt, wenn es denn gelingt, wer uns dann in der nächsten Runde zugelost wird, beziehungsweise wer auf uns trifft dann. Ich wünsche den Jungs schon jetzt ganz, ganz viel Erfolg für das Spiel morgen. Das Ganze im Stadion, was irgendwie auch fast perfektes Timing ist. Das Stadion, die Ad-Hoc-Arena, ist so gut wie fertig. Es gab schon die ersten Spiele quasi vor der neuen Kulisse. Ich selbst habe bislang noch nicht auf der neuen Tribüne gestanden, werde das jetzt am Samstag genießen. Aber schon von gegenüber auf der anderen Tribüne war das immer wieder zu erleben, was für ein großartiges Erlebnis das in dieser neu gestalteten Arena ist. Schon akustisch und auch von den Größenverhältnissen her. Der Rasen ist neu, steht sich ganz, ganz wunderbar da drauf. Es ist auch insgesamt ja ein fantastisch schöner Bau geworden. Mir persönlich hat der Bau schon im Rohbau gefallen mit diesen leicht geschwungenen Formen. Ganz großartig jetzt kurz vor Fertigstellung wird das Stadion immer schöner. Es ist groß und es wird voll sein am Samstag. Es sind über 11.500 Tickets verkauft, also ausverkaufte Hütte. Insofern freue ich mich hier sehr auf ein Fußballfest und wünsche den Jungs auf dem Platz natürlich bestes Gelingen, viele Tore für uns und dass wir in die nächste Runde kommen. Ein zweites Thema, das damit verbunden ist, ist in den letzten Tagen ein bisschen aufgeregt diskutiert worden zum Teil in der Öffentlichkeit. Will ich auch kurz ansprechen. Genauso wie es für die Sportler gilt, kein Sport ohne Erwärmung vorher, ist das ja auch für die Fans so. Kein Spiel ohne vorher Erwärmung, wenn ich das so sagen darf. Also ein Fanmarsch, den man sich vornimmt. Der Weg zum Stadion ist einfach nicht nur der Weg zum Stadion, sondern auch schon ein Ereignis für sich und das soll auch diesmal wieder passieren und diesmal wieder der Fall sein. Das ist eine großartige Sache, ist nur diesmal etwas anders als es in der Vergangenheit war, weil üblicherweise sowas natürlich gemeinsam vorbereitet wird. Wie bei allen Gelegenheiten, Demonstrationen zum Beispiel, Veranstaltungen, Aufzüge, wo mehrere hundert oder auch vielleicht einige tausend Menschen sich gemeinsam im Freien auf den Weg machen irgendwo hin, ist das natürlich immer damit verbunden, dass es gewisse Regeln auch geben muss für solche Versammlungen. Das ist genau wie im Spiel. Wenn es auf dem Platz die Fußballregeln nicht gäbe, würde das Spiel nicht funktionieren. Man würde sich ständig nur streiten. Passiert ja schon mit Regeln oft genug, dass Schiedsrichterentscheidungen in Frage gestellt werden. Aber hätte man keine Regeln, würde das ganze Spiel nicht funktionieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch jenseits des Platzes. Auch auf solchen und gerade auf solchen Veranstaltungen muss es Regeln geben. Es muss geklärt sein, was geht, was nicht geht. Ab wann Behörden und die Polizei dann eingreifen müssen, wenn Dinge aus dem Ruder laufen, was wir uns alle nicht wünschen. Und üblicherweise wird sowas vorher in Kooperationsgesprächen miteinander geklärt. Es gibt einen Anmelder für so eine Veranstaltung und mit dem setzen sich die Behörden im kleinen Kreis zusammen und klären die Dinge, die zu klären sind. Eben was geht, was geht nicht. Wo wollt ihr genau langlaufen? Geht das oder muss man das vielleicht ein bisschen anpassen, die Route? All das hat diesmal nicht stattfinden können, weil es keinen Anmelder gibt. Es hat zwar vielfach Aufrufe gegeben zu diesem Fanmarsch, aber eben keinen Anmelder, mit dem man genau solche Fragen, vorbeugende Fragen der Sicherheit besprechen kann, klären kann, hat es nicht gegeben. Wir wollen als Stadt ja aber trotzdem einen solchen Fanmarsch ermöglichen. Ganz spontan und ungeregelt geht so etwas nicht. Aber wir haben im Prinzip selber schon mal überlegt, was ist es denn ungefähr, was sich die Fans wünschen? Was ist es auf der anderen Seite, was wir im Sinne der öffentlichen Sicherheit zulassen können und was nicht? Und haben in Ermangelung eines konkreten Ansprechpartners, der dann eben auch die Verantwortung übernimmt, auf die Teilnehmer der Versammlung seinerseits so einzuwirken, dass die Regeln auch eingehalten werden, haben wir ohne einen solchen Ansprechpartner eine Allgemeinverfügung erlassen. Das ist ein technisches Instrument, das wir als Verwaltung nutzen können, genau in dem Fall, wenn wir kein unmittelbares Gegenüber haben, das wir direkt ansprechen und mit dem wir Dinge auch im Kompromiss klären können, wenn irgendwo noch was geändert werden sollte. Wir haben so gut es geht versucht, vorauszuahnen, wie wir eine Route legen können, die den Fans gefällt und die die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet. Haben das aufgeschrieben, haben die Bedingungen definiert, also dass man nichts dabei haben darf, was als Wurfgegenstand oder als Schlaggegenstand verwendet werden könnte. All die Regelungen, die man bei jeder Demonstration quasi sonst auch immer mit den Anmeldern der Veranstaltung bespricht, haben wir aufgeschrieben, veröffentlicht als Allgemeinverfügung. Sie gelten damit und dann weiß jeder und jede, die zu diesem Fanmarsch dabei sein werden, wo die Grenze ist zwischen dem, was noch geht und was nicht mehr geht. Und dann hoffe ich auf der einen Seite, auf der Seite der Fans, dass sie das genauso sehen wie ich, dass wir hier ein wunderbares Fußballfest erleben wollen, zudem der Fanmarsch als ein friedlicher Fanmarsch, als ein kreativer und ja mit Choreos, aber die eben die öffentliche Sicherheit und den Verkehr nicht behindern, dass das funktioniert. Und auf der anderen Seite bei Behörden und Polizei der Wunsch, dass man mit Augenmaß rangeht, dass man gerade bei Bagatellverstößen, zu denen es hier und da man mal kommt, nicht vorschnell oder überschnell eingreift, aber schon konsequent dabei ist, wenn die Dinge komplett aus dem Ruder laufen. Und insgesamt wäre das dann ein wunderbarer Fußballsamstag. Und wie gesagt, ich wünsche unseren Jungs viele Tore und den Einzug in die nächste Runde. Ja und dann habe ich noch ein kleines, aber schönes Thema zum Abschluss. Es sieht ja danach aus, dass in den nächsten Tagen der Sommer auch wieder ein Sommer sein wird. Das ist dann immer verbunden mit Sonne und Sonne mit UV-Strahlung unter anderem. Und das ist ein Thema, das natürlich mit dem Blick auf die Gesundheit der Menschen gewisse Vorsichtsmaßnahmen angebracht scheinen lässt. Jeder weiß, man gräbt sich ein, wenn man in die Sonne geht. Und wir haben getrieben vom Gesundheitsamt finanziert aus Mitteln des Thüringer Klimapaktes die Initiative ergriffen und gesagt, in unseren Freibädern, also gemeinsam mit der Bädergesellschaft, in unseren Freibädern am Schleichersee und im Ostbad stellen wir Sonnencremespender auf, die kostenlos für jedermann nutzbar sind. Die werden wir befüllen mit Kindersonnencreme, also mit besonders hohem Lichtschutzfaktor. Lichtschutzfaktor 50, genauso gut geeignet auch für Erwachsene. Die wird besonders allergiegetestet sein, eben für Kinder wird wasserfest sein, eben auch gerade für Kinder einmal auftragen und das hält. Und das ist vielleicht die kleine, aber feine gute Nachricht zum Abschluss dieser Woche. Wenn Sie in die Freibäder gehen wollen, haben Sie diese Möglichkeit. Einen herzlichen Dank an das Gesundheitsamt für die Initiative und an die Bädergesellschaft, mit der zusammen wir das gemacht haben. Ja, und das war's dann auch für heute. Ich wünsche Ihnen wie immer ein angenehmes, ein erholsames Wochenende. Genießen Sie den zurückkehrenden Sommer und dann sehen wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.